Wow, schau! Was? Feuerflies. Ich meine, reale Feuerflies. Ja, ich sehe das. Sorry, ich... ...lose mich. Du warst abgelenkt. Du warst abgelenkt, schon klar. Ich hab noch nie Glühwürmchen gesehen. Also, echte Glühwürmchen. Glühwürmchen? Glühwürmchen. Ich hab ein Brett gefunden. Aber noch nicht die passende Lücke dazu. Irgendwas stimmt da nicht. Oh, warte, warte, warte. Ne. Was bringt mir das? Normalerweise findet man erst die Lücke, wo man rüber muss und dann das scheiß Brett. Ich find zuerst ein verkacktes Brett und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Was ist denn das? Also, ich rate mal, hier komm ich nicht rüber mit dem Ding, was ziemlich gut ist, weil das grenzt den Bereich, in dem ich suchen muss, etwas ein. Kann ich vielleicht... Kann ich vielleicht... Hm. Warte mal, kann ich eventuell... Ich stell das Ding mal ab. Kann ich jetzt vielleicht hier hochklettern? Und das Ding von hier oben jetzt nehmen? Ah, okay. Ich bin ein gewiefter Hund. Und da liegt, glaube ich, ne... Rohr. Ne Rohrzange. Ne, einfach nur ein Rohr. Ich wollte zuerst sagen, ne Shotgun, aber es ist auf gar keinen Fall ne Shotgun. Aber es ist ein Rohr. Und das Rohr nehm ich gerne mit. Oh, ein Rohr mit einer Zange dran, Alter. Da war jemand kreativ. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Cool. Hey, du, Bill. Wo hast du ihn eigentlich immer? Hm? Ich weiß, dass er nicht hier ist, hast du? Ich weiß, dass er dort wohnt, aber ich habe nicht hier persönlich nie gehört. Und das Rohr, du denkst, das ist er? Es ist sicher, dass er besser ist. Na, wir gehen, dann schauen wir ihn. Komm her. Check ihn jetzt. Check ihn jetzt. Check ihn jetzt. Das ist ein guter Kaffee. Clicker. Ernsthaft. Ich möchte hier oben lang gehen, bitte. Wenn's geht. Geht nicht. Fuck. Aber ich möchte hier unten lang gehen, auf den Straßen. Geht's hier rein? Tatsächlich. Warum, oh shit? Wieso, oh shit? Es ist nie gut, wenn du sagst, oh shit. Was macht sie denn da? Achso. Nein. Nicht mal annähern, tut mir echt leid. Das klingt wie, äh, wie ein Elefant, so ein bisschen. So, nur halt ein bisschen tiefer. Aber es ist kein Pfeifen. Witzigerweise hab ich, glaub ich, echt, ich hab auch selber echt spät gelernt zu pfeifen. Da war ich, glaub ich, sieben. Oder so. Ich glaub, ich hab, glaub ich, erst mit sieben oder so pfeifen gelernt. War da auch mal zu blöd für. Ich hoffe, hier geht's raus. Sieht aber nicht so aus. Das ist, glaub ich, von außen versperrt. War mir fast klar. Was? Oh, ja, gut, warte, dann geh ich zuerst hier rein. Oder auch nicht. Doch, doch, ich hebe dich schon hoch. Ich wollte nur zuerst gucken, ob's da reingeht. Habe deinen Fuß. Hör, du öffnest. Und du kannst nichts anderes machen. Das ist dein Ding. Ich hab nämlich, glaub ich, nur noch ein Messer. Ja, und das Messer wollte ich jetzt nicht... ...dafür vergeuden. Was ich mir noch frage, war das jetzt nur ein Extra-Raum? Oder hätte ich von da aus vielleicht sogar hier rausgehen können? Oh, wow, das kann echt sein. Und? Ab in den Sonnenuntergang. Mandatory evacuation. Evacuation, woher? Rethink. Quarantinzone. See, some place has got a heads up before the infection showed up. Most didn't. Man, Los Angeles. Holy fuck. Just leaving all your stuff behind me. Holy fuck. Was ist da... Oh, man. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, da nicht reinzutreten, Alter. Siehst du das Wasser? Bleib unter dem, okay? Du bleibst deine Hände hoch und du bist okay. Ich warte mal, hier geht's lang. Ist hier noch in der Ecke irgendwie was? Kann ich die aufnehmen? Ich denke, er ist. Cool. Aber wahrscheinlich habe ich keinen Bogen, wa? Hm. Warte mal. Geht's vielleicht doch da lang? Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen verwirrt. Wo geht's lang? Geht's da lang? Oder geht's da lang? Ich glaube, ich möchte da aufs Dach. Das finde ich, glaube ich, interessanter. Nee, ich glaube, ich möchte echt da hoch. Das finde ich gerade ungelogen ein bisschen cooler. Das sieht echt spannender aus. Das mache ich. So, und wenn ich jetzt da lang gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich auf der Straße, ne? Wobei, es bringt mir auch gar nichts, hier oben zu sein, weil... Ich komme nicht weiter. Ich glaube nicht, dass ich so weit springen kann. Und was anderes kann ich leider auch nicht tun. Ach, doch, ich Idiot. Oh, bin ich dämlich. Ich kann doch das hier einfach mitnehmen, Alter. Ich bin vielleicht dämlich manchmal. Daran habe ich gar nicht gerecht. Ich kann die einfach mitnehmen und... Stimmt, ja, braucht ja sonst keiner. Also, ja, gut, vielleicht doch, aber was juckt's mich? Ich stelle mich mal vor, am nächsten Tag... ...wird so ein Typ von Klickern verfolgt, will hier rüber rennen und merkt, sein Brett ist weg. Da liegt ein verfickter Bogen und ich sehe ihn nicht. Nein! Fuck! Oh, nein! Ich habe den scheiß Bogen übersehen. Gott, bin ich behindert. Wie kann ich denn den Bogen übersehen, Alter? Oh, nö, das ärgert mich jetzt wieder. Unnötig Zeit verplempert, Alter. Sau Bär, Alter. Aber trotzdem nehme ich lieber die Pistole gerade mal. So. Alter, hätte ich fast den Bogen vergessen, Alter. Wie peinlich wäre das denn gewesen, wenn ich einfach mal den Bogen verpeile, ey. Das wäre richtig peinlich gewesen. Und ich wette, irgendwelchen Netzplayern passiert das. Ich wette, es passiert David. Also Ratzthal. Ich wette, ich wette 100 pro, er verpasst den scheiß Bogen, Alter. Dann lache ich ihn aus. Und dann schicke ich ihm den Link zu diesem Video hier. Und lache ihm noch mehr aus. Es wäre jetzt peinlich, wenn ich schon was vergessen hätte. Oder übersehen hätte und es nicht weiß. Und hinterher sagt es mir einer. Oh, nein. Nein, nein. Ich möchte oben bleiben. Ich möchte oben bleiben. Wir könnten doch jetzt mal unseren Bogen ausprobieren. Okay. Bup. Oh, Headshot. Stimmt das wie so schnell? Sau geil. Kriege ich meinen Pfeil wieder? Bill ist nicht genau das die stabilen von Individuen. Also wenn wir da sind, lasst du mir das Gespräch machen. Entstanden? Ich entstanden. Du musst dir klar sein. Du musst dir nicht zufrieden. Du musst dir nicht zufrieden. Okay. Er bringt sie um. Ja, du bist einfach... Ich brauche definitiv ein bisschen Zeit, um dich zu warm zu warm. Das ist alles. Ist hier irgendwo einer? No. Ah, ich muss eigentlich bald wieder aufhören, ne? So, fünf Minuten. Oh, ich gehe mal hier durch. Oh, ich gehe mal hier aufhören, ne? Ja. Oh, schau mal hier aufhören. Oh, ich gehe mal hier. Ich will sehen, was wir finden können. Keine Angst. Ich habe das. Jees! Das Ding hat mich aus Angst. Na, während wir hier sind, suchen wir den Platz. Rachel? Ja. Oh. Tut mir echt leid. Es tut mir so leid für dich. Es ist mir so egal. Aber... mehr ist hier nicht? War das grad echt alles? Nur der Typ da und... Okay. Gut, dann geh ich wieder raus. Ja, eben... Gut? Wie jetzt? Oh nööööööö, ach scha... 65 draufkommen. Da liegt gleich die Munition, die ich verballert habe. Sehr schön. Kann ich da rüberspringen, oder? Nee, natürlich nicht. Okay, ich muss es abwerfen. Alles klar, werfen wir es ab. Ich hab gesagt, geh zurück. Was haben wir hier so alles drin? Munition, das ist gut. Ich liebe Munition. Oh, fuck. Bill hat mich gefangen. Ey, wenn jetzt Monster kommen, dann... Mach es nicht einfach ab, sonst falle ich auf den Kopf. Sag mir vorher Bescheid, sonst falle ich auf den Kopf. Oh, shit. Oh, der war gut. Oh, man. Ah, fuck. Oh, nein. Geh mal weg. Oh, ich muss nachladen. Schnell, schnell. Komm schon. Geh weg. Verpiss dich. Lässt du wohl Ellie in Ruhe? Ah, das ist eins von den Dingern. Nein. Nein, 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 nein. Oh, das war ein Klicker. Oh Gott. Was macht sie denn da? Ja, sehr schön. Okay, sie hat quasi... Wenn ich jetzt runterfalle, breche ich mir das Genick. Oh, komm schon, bitte. Oh, shit. Oh, wow, ich hab getroffen, geil. Oh, okay. Oh. Oh, nein. Es ist gar nicht einfach, über Kopf zu zielen. Könnt ihr euch das vorstellen? Oh, das ist doch assi. Oh, danke schön. Danke sehr. Oh, nein. Ach, komm, ich geb dir gleich so aus dem Maul. Denn dann hab ich auch geschafft. Oh, danke sehr, Bill. Ich rate mal, dass du Bill bist. Oh, meine Taschenlampe. Wieso hab ich die überhaupt an, die Taschenlampe? Okay. Okay. Oh, fuck, geh durch. Geh doch durch. Ich möchte auch ein Messer haben, bitte. Warte mal, lag da nicht eben? Nee, ein Baseballschläger. Das ist aber auch geil. Okay. Okay. Oh. Mann. Mann. Das war knapp. Danke für die Heroics und alles. Ellie. Hey, was du... Joel? Bill. What are you doing? Bill? Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around and get on your knees. Don't test me. Just take it easy. Any bites? Oh. Anything sprouting? Oh, goddammit, I'm clean. I see so much as a drink. Ow! Stop! Son of a bitch! Son of a bitch! You done? Am I done? You come into my house. You set off all my traps. You damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business. And we're here because you owe Joel some favors. Oh. And you can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is this some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel. Go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. You listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up! Alright. Whatever favors you think I owe you to make it so much. Actually, Bill, they are. Well, it doesn't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. Alright. I'm gonna do this. There's some gear. I'm gonna need. Alright. It's on the other side of town. Now, you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple of days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. The whole goddamn town's booby-trapped. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. Alright. Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. Alright, thank you. Okay. Okay. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ähm, ich mach erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würd sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vom Let's Play von The Last of Us. Äh, mit mir, dem Skunky. Also bis dann. Haut rein. Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss.